Das 10 Zoll Display des RBC LCS zeichnet sich neben der HD-Auflösung vor allem durch seine Helligkeit aus. Eingestellt auf helle Hintergrundfarbe und mit voller Leuchtstärke ist es auch in grellem Sonnenlicht und an exponierter Position wie im Drehleiterkorb sehr gut ablesbar. In einer geschützteren Umgebung wie am Pumpenbedienstand empfinden die meisten Menschen den dunklen Hintergrund auf Dauer als angenehmer. Im Einstellungsmenü des Displays kann man diese Farbgebung ganz einfach je nach persönlicher Präferenz umstellen. In der Kabine ist vor allem wichtig, dass man während der Fahrt nicht geblendet wird. Deshalb ist hier standardmäßig die Helligkeitsautomatik aktiviert. Dabei wird mittels Sensor die Umgebungshelligkeit gemessen und die Beleuchtung des Displays entsprechend automatisch angepasst. Zene